Bobbel, du hast das Wort. Ja, ich wollte gerade... Herzlich willkommen beim GCC-Wochen-Event. Yo, heute mit einem besonderen Event, zum Beispiel hier genannt Bob Arena. Und zwar läuft das so, es werden alle diese Spieler hier, diese netten Spieler, die du hier sehen kannst, sich ausrüsten mit verschiedenen Klassen, Kriegern, Bogenschützen, also ist alles verfügbar, Supporter. Und dann geht es daran, gegen Waves zu kämpfen. Und wer halt gewinnt, ist halt der gewinnt. Okay, also spielen wir so ein bisschen wie Tower-Defense. Wir gehen also alle in eine Richtung und versuchen das zu beschützen, bevor die ganzen Fällen, die uns zu stürmen werden. Ja, nur es gibt nur das... Man kann nur verlieren, indem alle gestorben sind. Also wenn alle sterben, ist das Spiel vorbei. Das ist ein bisschen wie LoL. Was ist, wenn einer stirbt, dann respawnt er oder wie? Nee, dann kann er nur noch zuschauen. Also dann muss er zuschauen und warten, bis alle fertig sind. Gut, dann werden wir das Ganze mal probieren. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt wahrscheinlich das Tor öffnen und dann einfach nur auf das Schild klicken hier. Und Leute, bevor ihr jetzt alle da rein stimmt und euch irgendwas nehmt, ihr sollt uns vielleicht ein bisschen absprechen, wer was nimmt. Nicht, dass dann alle mit der gleichen Klasse nehmen. Das wäre ja etwas zu optimal. Ich nehme Bogenschütze. Ich nehme Bogenschütze, Supporter. Ich glaube, ich mache Supporter diesmal. Drei, zwei, eins. Oh, wie sie stürmen. Das Arena ist in Edit Mode. Oh. Oh. Okay, er hat gefehlt, alles klar. Wir tun einfach so, als vorher es funktioniert hat, ich schneide das Ding alles raus. So, jetzt funktioniert, jetzt funktioniert. So, es hat alles tadellos funktioniert. Oh, bisschen Englisch. Magier. So, stopp, wartet mal, wartet mal. Wir haben, was haben wir? Wir haben vier Dinger. Also sagen wir es mal so. Wer würde einen Färgenkämpfer machen? Ich. Wie viele Leute? Das ist einer. Hey, was kann Magier? Magier ist so. Da machen wir zwei. Ihr könnt auch einmal draufklicken, dann seht ihr auch was wir haben. Schaut. Einmal draufklicken? Rechtsklick? Rechtsklick immer noch. Kannst du auch wieder die Klasse drücken? Nein, geht nicht. Geht nicht. Oh, Floyd. Und wie packe ich das wieder weg? Wenn du nur andere Klasse willst. Wenn du nur andere Klasse willst. Wenn du dann nochmal drauf drückst. Wer ist Tank? Okay, also Supporter ist so ein bisschen der Medic hier. Wer ist Tank? Tank? Also man kann auch einen Panzer spielen? Okay. Tank, Alter. Ist das ein Starstil? Das sind wir alle im Augen? Magic Spell, Alter. Hör mal auf. Ich möchte hier meine Lacken. Okay. Ich kann zwei Sachen nicht weglegen. Der ganz oberste. Wie lege ich die zwei Sachen weg? Das oberste Ding geht nicht. Wieso kann ich keinen Fall schießen? Was soll das? Fernkampf. Was bringt mein Feier? Fernkampf und Fernkampf. Ah, ich bin mich hier köstlicher organisiert. Jungs, ich bin Magier. Dominik, was ist das Freibar Magier? Also ich bin Krieger. Bogenschützer. Wer macht den? Heile ich dir da? Wenn ich jetzt... Hier, ich habe eine Frage. Wenn ich Supporter jetzt nehme, heile ich auch andere Leute, oder? Ja. Mit dem Tränke. Tränke durch. Was denn? Du hast Tränke, die kannst du auch auf andere werden. Mach mal Tränke. Hm. Okay, als Bogenschützer habe ich einen einzigen Pfeil. Das ist ganz schön. Ja, du hast den Infinity Bogen. Ah, okay. Na gut. Also ich werde... Warte mal. Wie viele Fern- und wie viele Nahkämpfer? Der Pfeil beim... Achso. Also, machen wir es mal so. Genau, die stellen sich alle... Genau, hier. Stellt euch mal dann vor das Schild, was ihr habt. Nein. Genau, das ist gut. Fernkämpfer hin, wo ich springe, und auf Ende... Warum denn, Thomas? Das geht doch ganz einfach. Die, die Nahkämpfer haben, gehen wir auf die Nahkämpferseite, die Fernkämpfer auf die Fernkämpferseite. Ey, ich habe noch gar nichts. Also ich habe mich noch gar nicht entschieden. Also, was vielleicht jetzt sinnvoll wäre, wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf Fernkämpfer und vier Nahkämpfer, dass du dann vielleicht den Nahkämpfer gehst, wenn du Lust hast. Warum ist... Ja, dann nehme ich Supporter. Ich bin nicht bei Supporter, ich nehme Supporter. Leute, ihr könnt auch die Arena schon mal ein bisschen gucken, was da vielleicht taktisch besser ist. Ähm, Fernkämpfer hat was? Ähm, wer ist das denn jetzt hier? Sacha? Bobble! Hier! Bobble! Dominic, wo hast du dich Spawnpoints von den Monstern gemacht? Ähm... Okay, also ich komme hier nicht raus. Wie komme ich zur Mob-Arena? Ich gehe rauf, geh auf die Kiste. Kiste? Kiste? Hier, da wo das Schild ist, wo du gerade standest. Das geht bei mir, da komme ich nicht weg. Ja, da drückst du drauf. Ja, klickst du drauf. Ja, klickst du drauf. Ah, okay. Alles klar. Das geht immer noch nicht bei mir, ne? Ja, muss warten. Achso. Ich warte. Dass die anderen draufgeklickt haben und wenn alle soweit sind, geht's nicht. Können wir bitte erstmal alle heilen, bevor es da unten reingeht? Jo. Äh, slash einfach slash hier. Sorry. Hehehehe. Das geht erst, wenn wir unten in der Arena sind. Nicht erlaubt in dieser Arena. Wo ist Supporter? Ich nehme jetzt Supporter. Du bist in der Arena, warte. Du bist in der Arena. Warte. Was ist eine Konsole? Was denn? Ja, ich mache. So, für die ist es nötig. Wir haben hier drüben so ein Schild. Ready ist, kann dann hier drüben. Die Sachen haben wir doch unendlich, oder? Die ganzen Inventare hier. Ja. Ja. Falls jemand Hunger bekommt, hier drüben könnt ihr ein bisschen Kuchen essen. Kuchen. Ähm. Was für eine Version auf dem Server? Dominik, ersetzt ihr sich die Items? 1. 2. 2. Ja, wie? Welche nach einer Zeit? Nein, nein. Ihr dürft euch halt nicht schlagen. Das ist halt eure Sache, wenn ihr euch schlägt. So, habt ihr es jetzt? Könnt ihr jetzt bitte alle dort auf bereit klicken. Achso. Dann muss ich mal vorankommen. Wer ist denn hier jetzt der Tank, Alter? Wer ist denn hier jetzt der Tank? 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 Ich habe die noch neuere Version. 1. 6. 4. Du kannst mit der neuen Minecraft Version die Version wechseln. Er ist jetzt nicht hier und hat die Version wechseln. So, du gehst unten auf Edit Profile und da, wenn du ganz runter gehst, kannst du dann deine Version einstellen. Was? Edit? Das ist im Startbild, also nicht im Minecraft selber, sondern in dem Minecraft. Ja. Da ist unten links dein Profil. Du gehst auf Edit Profile. Ähm, ich habe gekrackte Version. So. Das geht auch. Geht das jetzt mal? Jetzt bin ich wieder auf alle drauf. Warte mal, ich muss alle auf so weit klicken. Jetzt kannst du wählen. Also ich habe gekrackte Version. Ich habe eine neue Version. Also wir haben zu viele Ferienkämpfer, richtig? Ja. Naja. Dann mal halt was anderes. Jetzt sind wir ausgeglichen. Ja, soll ich Supporter nehmen oder soll ich einen Krieger nehmen? Nimm irgendwas und klicke jetzt bitte auf das Schild. Wir eiern hier seit 10 Minuten rum. Auf den Eisenblock, nicht auf das Schild. Okay. Ja, ich habe jetzt Supporter genommen, jetzt kriege ich auf die scheiße Schild. So. Auf den Block da unten. So. Yay. Wow. Okay, okay, das sieht strange aus. Wird euch empfehlen, von der Mitte weg. Naja, rennt erstmal zur Seite. Erstmal alle raus hier. Ne, hier haben wir gar nichts, aber öh, die macht das schon. Bauen die immer in der Mitte oder was? Ne, die spawnen überall, wo man gerade steht, aber in hier fährt man nicht so leicht runter. Okay, also wir warten jetzt, wir müssen jetzt diese Wellen abarbeiten, ist das korrekt? Ja. Um wie viele Wellen handelt es sich hier? 30 Stück. 30? Ich dachte 16. Okay, ne gut. Da kommen auch Bossen. Weiß nicht. Die Bossen, die haben spezielle Fähigkeiten. Au. Au, 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 au. Wuh, 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 wuh. Passen. Wuh, fuck, man. Äh, wer Leben braucht, muss Bescheid sagen, ne? Dann werf ich. Übrigens, in der Mitte sind auch noch Kisten, um, mit Holzschwertern. Komm da mal ran. Ja, jetzt wird es mir angeguckt da drin. You don't have permissions. Ach, echt? Du hast sie noch gelockt, aber egal. Ich entlock die Moments. Nächste Runde entlock ich die. Okay, jetzt komm langsam Loh hin ab, ne? Wow! Ich schlange mich ehrlich. Dieses Scheißviehchen. Hm, okay. Wie fehlen die Dinger sich, oder? In welcher Welle sind wir denn jetzt überhaupt hier? Das steht. Runde im Chat, glaub ich. Schlechtes oben hier. Wir hatten ja Feuer gelegt auf die Blaze. Scheiße. Ja, mich hat das Ding ins Feuer geschopst. Wurde angestuft. Ja, und die Toten können jetzt da oben spektaten. Werden gerade abgeschossen. Ah, okay. Wir können uns jetzt mal erzählen, von wo wir angegriffen werden. Ich entscheide mal den Nightwishem-Trank zu nehmen. oooooh, was denn hier los? Ach du Scheiße, das sind nur Schwärme, alle One-Head Ja, es interessiert ja keinen, die können dich trotzdem töten! Aaaaaaah und tot bin ich! Aber von Bobblitz! Böööö... Wie ist das? Team-Kill- oder Team-Team-Damage? Ist an! Ja, ist an! Ich hab einfach mal nen Hyattrand geworfen, aber ja, ihr macht das schon. Au! Alter! Kannst du ja auch nen Holtzschwert nehmen? Ich hab dich gerecht. Warte. Jetzt nicht mehr. Ey, ey, ey. Nicht mich. Nicht mich. Sag Bescheid, wenn die neue Runde anfängt. Boah, Alter. Was geht mit euch, Fatsch? Du blutest. Warum blut dich? Hast du den Nightvision geholt? Boah, MCM and Row for the Wind, mach mal Rechtszieg und ne Schwert. Ich leb noch, ja, ja. Rechtszieg und ne Schwert. Wenn du stehst, sag Bescheid. Okay, jetzt kommt ne Special Wave. Jetzt wird's interessant. WTF, Alter. Boah, wir scheiß Loren, ey. Der größte Mist ever. Schon mal als Creeper. Die Dinger pusten, ich hab mal kurz... Die items werden repariert. WTF, ich brelle! Komm nicht ran. Nicht die leere Glasflasche. Okay. Welle 9. Oh, scheiße. Image. Oh, Mann ey. WTF. Ich hätte nur noch durch die Gegend geschmissen. Nein! Hier drauf, hier wärst du alles. Hi, Floi. Da. Ja, eine sehr, sehr fette Scheibe. Lebe ich noch mal an. Boss, das ist Boss. Boss, jetzt. Wo ist der Boss? Wo ist er? Der ist hier bei mir, glaub ich. Kann ich bitte mal den Flugmodus haben? Der Tintenfisch. Echt? Der Tintenfisch. Der Tintenfisch. Wo? Wo? Kann ich mal bitte den Boss, äh, den Flugmodus haben? Ey, der ist voll imba, der Typ. Bring it up, man. Ah! Ich werd hier weggeschweb... Oh mein Gott. Wo ist denn der? Da. Schubst ihn einfach in die Lava. Meine Güte ist der immer. Wow! Was ist jetzt hier los? Wow, 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 wow! Creeper! Nein! Ich bin in die Lava reingefallen. Ach, nö. Ach, du lebst noch mal in uns, oder wie? Ja. Oh, was ist hier los? Läuft einige Zeitsch, Lattie. Läuft einige Zeitsch. Wieso soll ich das in der Flugmodus haben? Was ist jetzt los? Damit ich jetzt was sehen kann. Wie kommt das hier jetzt rein? Oh, what the fuck? Wo kommt das Wasser her? Tittenfisch. Wo kommt das Wasser her? Vom Tittenfisch. Ach, der Tittenfisch hat Wasser gespawrt. Okay. Hammergeil. Hab's, right? Komm, Dominik, wir gehen hier nach. Oho! 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 Wer lebt denn alles noch? Ich? Dominik, mich dein Ernst. Oh mein Gott. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Warte. Na egal. Ich hasse dich, Dominik. Ich war so pro, Mann. Ich war so pro. Ich hab's immerhin geschafft, hier Mobs zu töten. Er ruft da unten rumzufliegen. Geh weg da. Lebt außer mir auch noch jemand. Riech. Wo bist denn du? Ich komm mich mal besuchen. Hier vorne. Hier. Leben nur noch drei oder so. Da oben. Oh, jetzt. Böster Shit. Das wird böse jetzt. Au, 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 au. Heiß. Au, au, au. What the fuck, Mann. Was ist das für ein Kupfer hier? Hinter dir. Dommer hat grad böse gelacht. Hä, ho, au, 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 au. Hehehe. Hehehe. Wer trägt ihr jetzt alles noch. Nur Plemischengrüß. Ich hasse Supporter. Danke, ein Gott vorher. Ich freu. Wir sind keine Alter. User was kicked out of your channel. Hahahaha. Jetzt bannt er mich gleich. User joined your channel. User in your channel was kicked from the server. Leute, dann lass uns. Ich bin dafür, dass wir noch eine Runde spielen, weil ich glaube die Mannschaft nicht mehr so. Wir machen gleich noch mal eine Runde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Klar geht er noch eine Runde. Er läuft dort zu zweitrauben. Hört die ganzen Wanns nicht vor. Der steht oben in der Mitte. Was ist das denn da? Und ihr wisst schon, dass die Wanns nicht aufhören zu spawnen. Je länger ihr wartet, die Typen hier zu sparen. Wir warten ja nicht. Wir geben hier alles. Aua, wir geben hier alles. Oh fuck, verpiss dich Creeper. Los, geh weg. Ich bin gleich. Bob, hast du das Hammer am Ende getrieben? Nicht viel. Scheiner Freunde. Aber auch in der großen Feier meiner Freundin von meinem Vater. So, Ander, lebst du noch? Ja, aber auch nicht. Ne, ich bin tot. Julius, lebst du noch? Ich lebe auch noch, ja. Ich lebe auch noch, ja. Oh mein Gott, jetzt wird's aber langsam krank. Das schreit wohl gleich nach nem Klassenwechsel, was? Meine Güte, was ist denn hier los? Hey, wollen die mich denn veralbern oder? Hallo, 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 hallo. Ach. Hey, boah. Fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Wieso kriegt der kein Schall an? Weiss ich nicht. What the fuck, Alter. Ja, genau. Äh, ja. Äh, nein. Jetzt kriegt der Start. Hinter dir, Playbox. Oh my god, oh my god, oh my god, noch mehr. Mit mehr. Was ist das denn? Die stehen ja alle an, die sehnliche gar nicht, oder was? Au, 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 au. Ich esse Apfel, ich esse Apfel, ich esse Apfel, komm. Dumm, dumm. Am besten könnt ihr die auch die Schlucht da verunterschieben, genau. Ich überlebe das noch. Mit nem Bogen, oder was? Mit nem Bogen. Ich überlebe das noch. Wellen 19, ja? Die Wellen, die Wellen, die bleiben einfach da von den alten Wellen. Ja, klar. Ja. Umso mehr sticken die sich ja auch, umso schwieriger. Je länger ihr braucht, umso schlimmer. Ich hab doch gesagt, das ist nicht nur für eine Person. Ich hab doch gesagt, das ist nicht nur für eine Person. Oh, mit Gameball. Naja. Wir müssen es definitiv besser aufteilen. Wobei, als Tank kann man auch in der Lava überleben. Ach was. Wenn du rauskommst. Wie lange? Au, au, au. Was ist das denn? Rote Schafe? Oh mein Gott, ich bin in der Klatsche. Machen die auch was? Was hat das denn? Die explodieren! Die explodieren! Ach du Scheiße! Ja, die Beekle explodieren, die Beeklepper. Au! Scheiße, ich geh hier voll drauf. Wollt ja lang noch Zeit. Ich tippe wie ein Mann. Du bist ja letztes Leben durch. Ich tippe wie ein Mann. Ja. Oh, oh, oh. Die spawnen ja gleich wieder. Ab 45 kommt wieder der Boss. Oh, fuck ein Mann! Hilfe! Stirb! Nein, 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 nein. Er schilt aber nicht. Okay, das war cool. Alles klar. Jetzt alle Slash immer Leaf. Alle Slash immer Leaf. Oder dann ein Schild in der... So. Sollte ein Schild sein. Hinter euch irgendwo. Also hier drin geht das nicht. Emma Leaf. Okay. Gut, das war's für die erste Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal.